Man nennt uns auch die Lapskaus-Mans von der Eichel Lapskaus-Man Von der Eichel Die Lapskaus-Man Man Und Women, natürlich, wegen Gender Women's Ich hab letztens wieder das Thema gehabt bei Facebook, haben wir auch gesagt, so ein Schwachsinn Das ist doch einfach nur sprachbedingt Bei den Engländern gibt's ja jetzt auch kein Keine Ahnung Die Apokalypse kommt mit der For Horse Women Warum? Nein! Ich möchte darauf hinweisen dass bei der aktuellen Funk-Reportage die oft hergenommen wurde, nach viel Kritik das Wort Gamer gegendert wurde in Gamer und Gamerinnen Am Galgen steht auch kein Hangwoman So ein Schwachsinn Man kann englische Wörter nicht gendern Englische Wörter, deutsch gendern Das ist doch Das können sie mit französischen Wörtern machen Hier versteht eh keiner Wir sitzen in einem Auto Das ist ja witzig Ein Auto ist einfach Also ich seh immer im Moment noch nix 290 Founders Edition kostet gerade 18.000 Euro Ja, ich spring jetzt Okay Wie geht das mit F? Ja Ja Wir haben ein Jetpack Oh mein Gott Ja Und das hat auch ne Funktion? Ganz offensichtlich Ich weiß noch nicht wie es funktioniert Doch mit Ah, mit Leertaste steige ich wieder auf Ich versuche da vorne in dieses Dorf zu fliegen Doch mit der Taste chattet es auch wieder nach oben Ja, aber nur so Ja, aber nur kurz Ja, bis das Benzin alles Ja Das war ein Hauch von Jet So, jetzt loot ich eine Toilette Und hofft, dass nicht wieder der Teleporter aktiv ist Und hier am anderen Ende der Map bin Durchscheißhaus Das ist doch mal passiert Ich kann nicht mehr Da war glaube ich der Pippi dabei Da war was, ja Da waren alle dixiglos Teleporter Und ich so Das ist dixiglos Teleporter Und bin reingerannt Und die anderen aber nicht Und dann war ich am anderen Ende der Map Ich habe gerade einen Menschen gesehen Der keinen eurer Namen über dem Kopf hat Ich fühle mich nicht gut Du bist auch 300 Meter von mir weg Du bist echt weit weg Nee, du bist Doch Nee, du bist nicht weit weg Hier ist ein Auto Eins von dem, in dem wir eben noch geflogen sind Nein Sicher? Guck mal, ob es Düsen hat Mops-Geschwindigkeit Nee, Mops-Geschwindigkeits-Düsen-Auto-Mutant Hier ist ein Kühlschrank Nice Wenn du dieses Item ausrüstest Hast du in 40 Sekunden das Spiel gewonnen Oh G-G Danke Gracias Jetzt wüsst du, wo die andere hin ist Die da eben noch rumgerannt ist Scheiße, ich habe mir doch keine sinnlose Musik angemacht Sinnlose Musik Ja stimmt Das war ja letztes Mal Volksgarant Volksgeheimnis Wow, jetzt ist es hier einfach nur so ein Bunker ohne nichts Oder doch? Äh, YouTube, äh Hat sie hinter sie ja Nee, mach mal K-Pop Momentan hörte ich mal gern Black-Click Machen einfach mal K-Pop an Ihr seid irgendwie bei mir heute beide wahnsinnig laut Okay Der Abo bei mir aber auch Oh, nur Ich mach grad deine Form, deine Tasten Versuch ich Oh Das möchte ich nicht Irgendjemand war eben bei mir Ich hab keine Ahnung, wo der dir das hingelaufen ist Wer noch da ist, wo der weg ist Ja, aber ich weiß auch nicht, wo du hin bist Ja, ich hab mich ja nicht wegbewegt Das erklärt einiges Äh, der steht dem am Atmer Was? Zwischen Atmer auf ihr stand neben ein nackter Typ Ja, nackter Typ Bei mir war aber ne Frau gewesen Der rettet so hoch in die Stadt Der stand einfach neben am Atmer Nee, nee, nee Hä, was? Wo? Er war neben zwischen uns Du stehst in dem Gebäude statt auf der Straße über dir Jetzt rett er da oben lang Für den Turm Der hat Musik angemacht, Leute Ja, ich hab grad noch mein Mikrofon anstür bekommen Ja, wir haben auch am Stock auf jeden Fall wieder Mit einer Fahraussetzung zu buhen, ey Wo soll er sein? Ich hab halt nur ne Pistel, ne? Über mir jetzt Der ist hier ne Berghoch Aha Und ich habe Pistel If I have a pistol, I pistol in the morning Also im Bunker ist er nicht mehr Wer, wer geschenkt gewesen, ne? Wieso? Ach so, weil er nackter ist Er wäre geschenkt, der Kill gewesen, weil er nackig zwischen uns steht Ach so Glauben hier grad Schüsse ein oder ist das was lieb? Hm Ich hab keine Ahnung, wo der die das hin ist Ich seh ihn! Ja, direkt vor meiner Nase war kleiner rum Hab ihn 40 mal gehittet Hab ihn 40 mal gehittet Ich hab ihn einmal gehittet Ich hab ihn einmal gehittet Pushen! Look at you, look at you, look at you, look at you, look at you Jetzt ist er verschwunden War er ein Schuss? Ja genau, da habe ich eben auch einen gesehen, wo du grad hin renst Ich weiß noch nicht wo Ja, ich weiß, ich hab ihn niedergeschossen Er muss irgendwo hinkratzen Ja, er stand neben dem Schnoch Und ich hatte Er war fast vor meiner Nase Und dann ist er Ja, wenn du von rechts kommst Wir von oben und links Da musst du ja irgendwo da Ja, Otto, zerretter an dem Busch Pushen, bitches Nein! Er ist tot Nein! Wie? Jeder läuft, wenn ich Musik anhab Ich bin da meine ganze MQ verschossen in dem Hurensohn Sehr gut, haben wir gut gemacht, bin ich froh, gratuliere ich uns Ich hab noch 8 Schuss Oh, puh, schwierig Seh ich nicht Kannst du jetzt mal aufhören, den Leiche zu befummeln? Pfff Irgendjemand von euch war wieder so ein Hirnigrad, gell? Wieso? Ja, weil da liegt ne Pistole Die keiner nimmt, aber hauptsache die Magazine dafür mitgenommen Für Leute, die Pistole brauchen sie jetzt die Magazine weg Ich war das nicht Ich hab nix Ich hab jetzt nur ganz am Ende den Fahrradhelm genommen Das hab ich mir gedacht Das war ja vorauszusehen Das war wohl ich dann Ja Ich brauchte ne andere Pistole, aber Die, die da liegt Ja Soll sich auch mal heilen Nö Gut Schön Schöne 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 Ich will nur mal jemand vor die Flinde laufen Dann würde ich ihn ratatataten Dann kann man jetzt hier die Ach doch Kann man ja Ich bin dass keiner aufm Eingang guckt Pfff 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 Mach mich doch Ja Hatt ich auch Ja Und dann hat das Ziel los Ja Ja Aber wir sagen ziehen wir uns ins Dorf da oben zurück Das haben wir ihn schon eben gesichert He he Drei Zwei Ddam 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 Ola ihr Lappen Ooooooooh ihr Lappen Ooooooh ihr Lappen Ooooooh ihr Lappen Was ist denn ein ROKS3 Ein Lappen Ähm 40 pro Sekunde Schaden Was heißt das Lappen Kann ich grad nicht identifizieren ROK3 kann ein halbäumenisches Gewehr sein mit Magazin Sagt mir aber jetzt nichts Lappen Ist auf jeden Fall keine Original Lizenz Die ich kenn Hm Lappen You know it's gonna be a long long Lappen Pfff Der Lachs lappt Hm Besser als wenn die Lappen laxen Oh das sieht gut aus Sub Machine Gun Hat aber keine Muni Hier war eigentlich schon jemand mit mir So ich bin mal wild und renn mal quer durch so richtig wild bin ich gerade so richtig Ja 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 Ich bin nachschlossen das höre ichs nicht mal so laut ist die Musik Yeah Hier seine Maschinenpistole M3 mit Munition Sag mal ist das eigentlich schon immer im First Person oder Spiegel habe ich in den First Taste gedrückt Nein Rechtsklick Ne Aber ich klick mal mal was macht Rechtsklick Rechtsklick geht er ins Visier Ja aber ich meine richtig Also First Person Bei mir ist es die ganze Zeit First Person irgendwie das war doch nie so Drück mal V Irgendwas hab ich gemacht Irgendwas hab ich gedrückt V Ja drück mal V V Ah ja Hör mir doch zu Wann hab ich denn V gedrückt Keine Ahnung Als du C drücken wolltest und verfehlt hast Vielleicht Wobei C auch kacke ist wenn man sich bei C gar nicht duckt wie man es gewohnt ist Ja stimmt da macht man irgendeine Healability klasse Oh da hat man versteckte Kritik unversteckt eingebaut Wo laufen wir eigentlich hin Da Irgendwie durch den Ort hier oder Aber irgendwie ist hier nicht so viel Loot Ja der ist ja jetzt uns Ja ich war ja hier schon mal ne Ich war ja hier schon mal zu Gast gewesen Ja ich war ja hier schon mal zu Gast gewesen Ich hab hier ja schon alle raus geschmissen Hab ich schon gesagt hier du du raus Jetzt kann ins Gefecht kommen Jetzt kommt grad Boombaya Sobald jemand PPS Mono sieht ich nehm so Ja Ist registriert We need to move again Move again Jetzt schon Ich bin wieder in dem Haus wo ich eben mich schon verbunkert hatte Nice Jetzt hab ich ne PPSH Drum die hat bisschen mehr Schuss Der hat ne Drum Ja das hab die hab ich auch Nein Ich hab ein Schuss gehört Das ist ja richtig für viele Gegner Ja aber wir sind halt auch äh gut Da hinten ist ein Feuer Oh fuck gekreist Ja das ist ein bisschen eklig Ich glaube wir haben uns nicht darauf geeinigt dass wir an deinem koreanisch teilhaben wollen Sollen wir jetzt gewinnen oder nicht? Das ist ein Punkt Einmachglas mit Konserven Ich dachte eigentlich ne Konserve ist quasi das Einmach Ich weiß nicht Ach du unwissender Paterwahn Ach du unwissender Paterwahn Ich will jetzt gar nicht schnell laufen Das ist nice Ja jetzt freu ich nicht mehr Ach jetzt hab ich schon wieder 10 gedrückt ey Achso so ein Schrott Sind übrigens noch 10 am Leben Ja Hier ist noch ein Helmstupe 2 Hab ich danke Was machst du jetzt 14? Ah der ist ja der hockt hier wieder auf einer Stelle und zappelt lautstark hin und her damit ihn keiner trifft Ja der spielt mit seinem Taschenrechner Bumba ja Das ist immer so ein Schwachsinn Weißt du die Die könnte dich zwar vielleicht nicht treffen weil du hin und her zahlst aber würdest du nicht so laut klappern Werden sie dich gar nicht gehört Oh ich hab mal eins Fenster markiert Nice Also bei 102 maus Fenster auf und machs nochmal Ja der Kreis kommt Ich habe deine Markierung erkannt Direkt vor mir ist auch ein Gegner Da bin ich jetzt tendenziell dagegen Und da ist auch ein Gegner und ein Auto und T ist nicht zu markieren Also genau vor uns auf der Höhe von dem Graben über dem wir müssen quasi war ein Gegner Toll Das ist nett Das ist nett Das ist nett Ich renne einfach panisch davon in den Wald Mhm Genius Ja Ich weiß Okay Ich renne weiter panisch durch den Wald Ich renne einfach Ich renne einfach Ich renne einfach Wenn ich jetzt erschossen werde ist er noch da Ja Ja Das ist ja auch einer Das ist ja auch einer Das ist ja auch einer Tappenkill Nice Kannst du ihn markieren? Ich versuche ihn grad zu finishen Oh da ist ein Kumpel Da läuft einer Oh jetzt nicht mehr glaube ich Hast du ihn erwischt? Ja Nice Amadeen noch schon weiter sehr gut Kpop aller Musst du auch weiterhin Ich muss erstmal was essen Typisch Top 8 und nichts besseres zu tun als essen Nein nein Top 8 Spieler nicht Teams Teams Top 2 oder so Ja vermutlich leider Scheiße ist das so offen Ja Das ist richtig Don't like it Na dann halt hier in den Schützengraben Ne Also wenn man Schütze ist Ist ein Schützengraben übrigens eine richtig sinnige Position Nicht gut ne Das heißt Denken viele nicht an die Sinnigkeit dessen Aber es ist tatsächlich dafür gemacht worden Jaaaa Ist das offen hier Das ist echt dumm Wieso geht ihn ja nicht links in den Schützengraben lang Sondern rechts Links zieht er sich doch in den Kreis Achso Hey aber sieht man nicht Keine Ahnung Wo sieht man das denn Jetzt zieht sich auch ein Kreis Ja Geh ich auf die Map guck Ja auf der Map seh ich den Schützengraben nicht Ach doch da Das ist so ein Ich fühlst nämlich im Kreis und im Graben Doppel G Kreis Graben Hm ich nur so halb scheiße Ich weiß nicht Ich weiß nicht Wie kann man sich das denn mal hinlegen Z Oh kacke ich bin draußen Y oder Z Je nachdem wie deine Tastatur eingestellt ist Oh fuck ich bin so offen Oh ich seh die Gegner verdammt Wo Ja ich auch Da hinten Bei E Da ist irgendwas leuchtendes Die machen irgendein Ritual Scheiße Ich hab nen Header Ah hier ist noch einer bei mir Vielleicht sind es doch geschienen im Teams Kreis Ja genau vor meine Nase Rechts von dir Ja Rechts von dir Ja Auf jeder die von dir Ja Wir haben uns wieder richtig schön erwarten können einfach Schade Ich hab ihn aber doch bei den Dänischen Geht halt hab ich noch down Hahahaha Hitter Leute Ja Mist ich hätte einfach mit euch bleiben wollen Ja Wir geben dir die Schuld und machen weiter Hahahaha Ich möchte uns an der Stelle auch für den Atemach bedanken Dass er die Schuld komplett auf sich nimmt Für 100% und dann wäre es so frei Ich will nichts sagen Aber es lief erst rein Und ich hör wieder irgendeine Musik Hahahaha Es wird besser Es wird besser Jetzt war ich Also nicht bei mir Aber sonst Aber mit dem Airborne lassen wir aber weg, ne? Jaja, das war doof Huchhuchhuch Ist ja der ganze Sinn vom Spiel weg Dass man schnell wieder reinkommt Ja Aber wir haben dem Spiel die Chance gegeben Aber nein Hahahaha Huchhuchhuch Huchhuchhuch Huchhuchhuch